Ich würde ja sagen, man ist ja auf Betriebstemperatur, aber das ist ja seit Anfang an schon wahnsinnig. Also macht richtig viel Spaß heute hier. Und jetzt, und das ist ja gar nicht mal so einfach, jetzt nach so tollen Tänzen, so Darbietungen jetzt hier in die Bütze steigen. Aber die Frau, die jetzt kommt, die hat das einfach drauf. Die hat letztes Jahr wirklich hier eingeschlagen wie eine Rakete. Und ich darf die Bühne jetzt freigeben für unsere liebe Iris. So, oh, weiß ich nicht, endlich high. Och, die erklärt ja nicht, wo ich herkomme. Och, ist ja noch ganz überwältigt. Ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Hier an dem Nau-Bürger-Haus ist ja alles per App gesteuert. Und das Nau-Bürger-Haus-Hai-A200 weltweite Navigationssystem Erik-Maps-Ubeschluss-Gin. Das, dass es aber bei noch nicht alles so ganz wie sein soll. Oder hat ich als Frau, mir hat ja manchmal so ein bisschen Probleme nicht richtig aufgepasst. Man hat rechts so links und sein irgendwo ein Kerr verkehrt falsch abgeboren. Joach, ich komme bei aus dem Hauptrissio in seinem Kerl an. Der kläft ja nicht, wie schildert der war. Ich war all Marmor, ganz edel. Und der Deck, Kronleuchtern, all Umplänken. Die Wänen, alles verspielt. Oh, ich bin so ein Mensch, ich wäre ein Paris, ich wäre ein Versailles. Oh, und das geht weit durch. Ich bin so ein bisschen in den Hädeberg. Und ein Wänenkerler-Hotel. Nur mit jedem Wein-Hotel allein. Nur mit besten Lagen. Und alte Wein-Hotel allein. 1921er Piespochter Goldtröpfchen. 1911er Bernd Kastler Doktor. Weikimmel. 1880er Erika Glockenhumat. Und wie ich schon weitergeirrt seh'n an dem Riese-Kerler. Seh'n ich auch an einem Riese-Swimmingpool vorbeikommen. Für kiesblaues Wasser. Palmen. Und dat alles scheen, wat Sandstein-Wänen lo in am Hädeberg. Oh, dat tut doll ausgesin. Und da holl lauter Frage leid, a schicke Bikini ist noch rund um den Pool geleid. Wie ich dich an der Bettkommun und schon mal geseh'n, wenn dat boah. Haas'n Gertrud. Trino Fien, also die zwei Eisenachs-Fahrleid. Hai, is' Hedi und Anja. Und noch so'n paar von den Ahle-Prinzessinnen. Und ich steh'n o'gefroch, wat die da lo machen. Seh'n dat Gertrud, seh'währen den Erika-Bunny-Club. Und den Haupus-Syri-Watten dran. Und seh'n haut ja was Hauptversammlung. Ja, da seh'n ich ja Gott sei Dank nes Hai. Ich schon eis' zurückgefunden, mit asch' ausbrech'n haut zu spät kommen. Ich seh' ja bei Hai, die neue Hausdame, Hai, vom Bürgerhaus. Hai, asja bei alles ganz nau. Und damit er dabei auch bis sie so bleibt, hud den Ochts-Beirat von Erik jemens gesucht für Hausdame. Die Stellenanzeig dafür, die boah ein Meilenschein an dem Plätschino. Ich scho'n die Gesin, die ich beim Faktor gesessen. Ich muss der vierne Weihnachten doch noch ein Kerflut bei der Goldbäcker-Rähne, die den zugemacht hud. Ja, und noch und ich dann die Stellenanzeig gesin. Organisationstalent mit gutem Auge für Sauberkeit und Ordnung in der gehobenen Haus gesucht. Sie sorgen für Wohlfühlatmosphäre für unsere Gäste. Sie haben Erfahrung im digitalen Buchungssystem, bei der Vergabe der Räumlichkeiten und führen ihr Team in flachen Hierarchien. Mehrsprachigkeit wird vorausgesetzt, ebenso gewisses technisches Verständnis. Sie stehen im Mittelpunkt der Kundenbetreuung und sind allen Menschen vorurteilsfrei und empathisch zugewandt. Ja, das war ein bisschen mensch. Ich sollte ja bei eigentlich vom Jobcenter aus nur 25 Jahre Elternzeit die Stärle am Erika-Klärwerk unsreden. Er war nur in dem Schnupperpraktikum, war das dann doch nächst wieder für mich. Organisationstalent. Organisationstalent. Ja, hönnö doch. Ich bin eine Frau. Ich kann machen, dass du denkst, du hättest es ganz genau so gewollt. Und schon läuft es genau so, wie ich es will. Sauberkeit und Ordnung. Ja, mein Gott. Hey, ist ja bei alles ganz nau. Ich brauch euch noch entspannwerbe vorzumachen oder dort micken. Und ja, ich habe heute Abend draußen die Viehs alle ohne dich aufgerutzt. Ich habe auch extra noch Mattenhalle aus Kamelhaar. Ich gehe auch, weil ich nicht alles ungetatscht mit den Dreckepoten. Die Finstern sind extra so, wie ich angebaut bin, dass die nicht dauernd so verknatscht sind von den Rauchern, die von draußen am nächsten Bauern gucken wollen. Ey, schau doch mal die Brokatkarteien und direkt in das Ohrpänken gelohnt sein. Wer ist der Dein, wo sie die noch abgetrost haben? Wahrscheinlich noch vom Erasmus in Ingrid. Nächste Woche kommen auch die Filzpantoffeln, die ich bestalte und extra. Und die der Besuch am Haus dann auch undung muss. Dann gehen die Lauböden A. Geschont B. Immer, der ist schön poliert und C. Es steiert auch unheimlich den Wohlfühlfaktor, wenn man sich mal der Schlappe und die Fies wieder heim vom Fernsehen fühlt. Erfahrungen im digitalen Buchungssystem und Vergabe der Räumlichkeiten. Ja, wie gesagt, das alles sei noch nicht so ganz fiertisch. Hier fehlen überall noch Däder bei dem digitalen Buchungssystem und die Firma Elektrolex hat auch nicht genug Kabel dabei, für das alles entlaufen zu kriegen. Aber, ich mit meinem Organisationstalent und mal eine große Kalender habe ich dir gehängt, so kennen sich die Leute einfach mal untrohen. Nicht wundern, da steh' ich schon her, zermine trupp. Die sehn' all von mir. Eich scho' ja Anwesenheitspflicht, wenn hai alles aß. Er war dünnig dis und ich immer Ding Dong beim Tonnetzkurtschi. Oh, dat mischt eh so scheen. Dat as Yoga mit Elementen aus Qigong und dat Ganze zu Technomusik. Isopastor so an dem Kurs. Freides, ja, Freides treffe mir russen mal ein paar Frauen zum Pritspiele beim Rots Heinz auf der Tankstelle. Ja, da darf ich natürlich auch nicht fehlen. Sundes geh nicht immer zum Waldbaden beim Forstamt Quint. Ich hol da einen Dauerkort, für Sundes am Tisch spazieren zu gehen. Die kostet 150 Euro und ihr klärt dann in dem Ernst an, ich war eh nicht so in mich auswagelassen. Führe des Teams in flachen Hierarchien. Ich und ja grundsätzlich kein Problem mit verschiedenen Meinungen. Solange sie dann am Ende doch mit meiner überanstimmen. Und damit wir dann auch richtig ausdiskutieren können, lasse ich für die Teambesprechung mit meinem Team jedes Woche zwei Kiste Sekt und zwei Kiste Stubi vom Hermann prägen. Mehrsprachigkeit Ich habe ja auch ein gewisses technisches Verständnis. Ja, ich war hier am Haus mal rund gucke, was die Haie war so rund. Na, seh dich, an der Diablangskomm, da steht drauf. Technikraum. Diese Tür muss immer geschlossen bleiben. Ja, für was haben sie doch noch ein Diablangskomm? Internet geht aktuell auch nicht immer richtig. Das Bürgerhaus lädt am Funkloch, hier hat sie was Spiderman-Kennnetz. Schöner ist ja dann auch, wenn man bei Internetproblemen dann von dem Tablet aufgefordert wird, online nach Hilfe zu suchen. Naja, wenn das bei dem digitalen Gedönsler mal alles richtig für dich ist, und das Fernsehgerätschi, das bei mir daheim auch alles umschluss hat, da kann ich von daheim Homeoffice machen. Dann kann ich auf dem E-Bildschirm die Roadways-Sitzung streamen und auf dem anderen zeitgleich der Florian Silbereisen auf dem Traumschiff gucken. Dann klappt das auch mit dem digitalen, hochmodernen Arbeitszeiterfassungssystem. Bis weit klingeln echt mal beim Ziel Stefan, wenn ich hier oben fangen und wenn ich hier oben machen und hier oben fahren. Ich hunde den aber, weil ich schon ein paar Kehren immer, ach, ich weiß, und er konnte den Dusch raus oder was wäre ich woher geholt? Hunde ich den schon mal oben ohne gesehen? Also, ohne Käpschen. Mit offenen Haaren. Ich so, ich bin echt alt. Der wäre ein schöner Jesusdarsteller für die Karfreidiskussion über die Elbenträpscher. Ich und die Stelle habe ja auch während der vielen Zugaben, das heißt halt Corporate Benefits überall. Eigentlich sollte ja das Warners Ingrid vor Plurways die Stelle herkriegen. Aber das muss dann doch nochmal aufsuchen. Das hat ja noch mehr Termine wie Eich. Das will doch schon direkt Urlaub haben am Januar und am Februar. Hat wir die Erika Prinzessin und müsst als Lady Kilania die Erika Fosse nicht retten. Ja, und wenn also mal hei? Eich. Mit meinem Hand verlesenen Team. Eich habe ich auch ungericht, dass wenn Hei schon das Licht am Bürgerhaus brennt, die Räumlichkeiten dann noch richtig ausgenutzt gehen. Und dort dafür haben mir Haut für Eich, Hei ein umfangreiches Rahmenprogramm um die Band gestaltet. Nachher an der Pause könnt ihr bei dieser erster Vorsitzende Melanie Wollscheid zur Wien-Fachberatung gehen. Wer nicht weiß, was das ist. Das erzählt euch etwas zu eurer Kramp-Order und verkäft Stützströmpf. Tuns Marion ruckt schon in der Reihe für das als echte Tunass. Etheidi und ich Steffi merzen die Bluthoge und machen Ernährungsberatung. Da scheint ihr auch ein bisschen bedarf zu sind. Ich ist an der Michtführung in Hei am Haus und erklärt die umfangreiches Brandschutzbestimmungen. Ja, und Heugmanns Sonja und Schuhmachers Anja, die Hunden Hei am Eischen Obergeschoss, eine sensationelle Ausstellung hier berät. Die Zeilen, die original Erika Reis in Sikien der legendären Pflaumengarde. Das ist extrem selten, dass diese Juwelen gezeigt werden. Ich ging so an, den hellen Rock am Doma Trier kriegt ihr öfters zu sehen. Bei Bercht-Sikron-Kinder gehen, das berät zu Planungen in Sache Finanzen. Wie komme ich besser mit meinem Haushaltsgeld zurecht und so Sachen. Das mischt ja hauptberuflich beim Roths-Heinz auf der Tankstelle die Buchhaltung. Und das seht ja mal so aus, als hätte das Ahnung da oder so. An der Sektbar verkärftet Andrea die ganze Klamotte von der letzten Trier. Ja, das wär's ja nimmer wohin, an den ganzen Klamotten. Ja, da hann ich mir aber auch schnell ein bisschen schädes rieber Henkel gelost. Auch schnäckig. Pride to be Maria und Julia stellen an dem Nauen, endlich mal, großzügig gestalteten Foyer-Hei an dem Nauen-Bäuerhaus Brotkläder aus. Oh, die haben so schöne Sachen da, Babe. Das müsst ihr euch hochgegeben. Jo, ich wollte ja eigentlich noch erzählen, was ich hier noch für Benefits-Hei kriege. Natürlich fad ich den obligatorischen täglichen Obstkorb vom Bräuern auf. Oh, da seh Sachen da, Babe. Da weiss ich gar nicht, was das ist. Geschweige denn, was man da mit mischt. Ich krieg' hei Weihnachts- und Urlaubsgeld und hann Anspruch, dass der Fals Volker als Niklas bei mich herkommt. Ich hann ein Gehaltskonto beim Kremsjörg auf der Volksbank. Den hass ja weihal Filialdirektor von Erik und hatt mir direkt 12% Zinsen angewohnt. Dann, ich hatt mir immer um den Ass das Volker als Niklas für die Reiesbkę. Ich peinße gar nicht aus dem Fall. machen wollen. Von der Sparkaste und ich einen Kreditkart kriegt, die ist ganz schwarz. Los steht VIP Black Edition drauf. Unbegrenztes Limit. Wie schon gesagt, ich habe flexible Arbeitszeiten, ich richte die Termine hin und meinen ganz persönlichen Terminplan, dann hat man der Work-Life-Balance auch überhaupt kein Problem. Ich habe einen kostenlos Mitgliedschaft am TVE und kann umsoß bei der IVV nicht wandern. Beim SVE hund ich eine Dauerkarte für Fußball auf der Head. Nicht so gut. Und die haben mir gesagt, das wäre ganz toll. Ich muss ja auch ordentlich ausziehen. Dafür kriege ich Norderphase nicht, weil noch Dienstkleidung von Pride to be. Die sehen noch umnähen. Das ist natürlich alles auf Maß geschneidert. Die musste mich ein bisschen zurückstellen. Die musste verdächtig das Klät für das Mary von Dänemarkloch hier, die schmachen. Ja, und ich kriege so etwas Ähnliches. Ja, und zwei Kehren am Mond gehen ich bei den Tonnet für mit Haaren machen zu lassen. Das Tee am Nicht-Milli war immer so, dass ich am Sommer genauso schön mit den Haaren aussehe wie unser Präsident. Beim Berti kriege ich 10% Rabatt auf jeden Einkauf und beim Schmittemani kriege ich jedes Kehren in der Pfleischwurst. Bei Scheidingskrieg gibt es die Sekt. Vom Rotzheinz, wo ich ja den Dienstwagen kriege, ich muss ja weil auch dauernd auf die Fortbildungsveranstaltungen, unter anderem auch nach Schwäsch an das Bürgerzentrum. Laut haben die Pläu ja dauernd. Das ist also Schwäsch, das ist schon nichts Besseres. Neutrie an die Europahall und auch an die Arena. Dahin kommen wohl auch Leute und Gruppen, die man auch weiter weg von Erik kennt. Also nicht nur ein Erik, wie bei dem Rheinland mit seinem Karpuskäpp. Für den Dienstwagen holen ich auch den Parkplatz direkt für das Bürgerhaus. Nur wo der Urdenteppich aufhört, das ist mein Parkplatz. Welten denn hier Sprit kosten? Das Auto vertreten nämlich schnummer Sprit vom Heinz seiner Tankstelle. Das fand ich mir extra so gesorgt. Und ich war auch ein Job Rat gekriegt, für einen Erik rumzufahren. Und ich habe gedacht, was ich noch war für einen tollen E-Bike gekriegt. Weil war das dann so, dass das Job-Bike aus unserem EU-Dorf-Erneuerungs-Förderungs-Gedöns finanziert geht. Und das muss dann regional ausgeschrieben werden. Sehr regional. Wie ausgemacht war, hat den Hommens die Ausschreibung gekriegt. Den hat aber, weil ich nämlich ganz so viel Auswahl. Ja, was soll ich tun? Ich habe ja noch ein Dreigang-Klapprad mit 24 Zoll Rätschern ausstehen. Seht ihr Stefan zu mir? Das wäre aber auch nicht schlimm. Dann hätte ich auch direkt ein bisschen Fitnessprogramm. Und vielleicht dürfte ich dann auch mal, wenn ich noch lange mit mir vorsehen und ein bisschen trainiert hätte, dass ich dann auch mal beim Hauptresurieren an den Pool dabei käme. Den hat gut lachen. Weil er mich quasi für den Job geworben hat, hat den 1.000 Euro Prämien gekriegt. Ich bringe meine 1.000 Euro Antrittsprämie erst nach dem Ostern. Da davon käme ich mir beim Roman Wagner eine Dolzernbrille. Ich muss sowieso da hin, um mir die vom Rot-Weiße-Förderverein gesponserte Bildschirmarbeitsbrille aufzuholen. Hei, das Bögerhaus ist ja auch ein öffentlich zugängliches Gebei. Und deswegen musste ich auch noch einen ersten Hilfengroß beim Rote Kreuz machen. Ah ja, wie ich da an das Edith Seifer rauskomme, hockt da auch schon den Dennis Labar von dem Plan. Den Dennis? Das ist ja schon ein schnäckiges Kerl. Nicht so wie die Trolles, naja, nach mir. Ich habe mich dann auch direkt neben dem gehockt. Und so, dass ich mit denen einen Team war. Da kam dann nachher auch den Einsatz vom Defibrillator zur Sprache. Und das haben wir dann auch so ein bisschen durchgespielt. Da, dafür musste ich mich ja auch ein bisschen frei machen. Boah, wie gut, dass ich geriecht war. Boah, also bei dem Dennis seiner Herzlunge Wiederbelebung, da geht ein wirkliches Herzig um. Wat soll ich euch sohn? Ich seh ja, weil am öffentlichen Dienst tätig. Quasi verbeamtet mit Anspruch auf entsprechende Pensionszahlungen. Immer wenn hei etwas los aß, seh ich da be. Ich darf mir hier auch die Reste vom Buffet-Mat heemholen. So, und ich sohn das immer schon gekocht. Ich schau noch einen reservierten Platz an der Kirsch, an der Echstatt-Bank. Auch an Weihnachten. Und wenn ich das will, seh ich die heilige Jungfrau Maria am Krippe spiel. Und wenn mir mal etwas passiert, also im Todesfall, sorgt Bestattung in Haas für eine würdevolle Trauerfeier und eine dreitägige Aufbarmung Hai am Bürgerhaus. So, weil ich muss aber mal koke gehen und ein bisschen Dampann das Männerballett machen. Nicht, dass die die Umkleidung als Laie lause wie bei McDonalds noch am Kindergeburtstag. Läu geht pico bello obgeräumt. Nicht, dass ich noch her, ne es strimm, gebisser, leere Stubbiflaschen oder was weiß ich noch alles, der Kerl in einer herrauchen kann. Am schlimmsten aus den Irmen. Der mit auch nummer, weil Held als Held des Alltags bei der Müllabfurschaft misst Held noch seiner Schicht ne es mit U-Parken. Denne wird ich helfen. Und so rufe mir alle aus, ob ich's schäden auch ein Bürgerhaus. Genau! Genau! Ja, liebe Lehrer, liebe Lehrer, ich bin da letztes Jahr als absolute Inzellerin, als Prinzessin, Schwester hat sie uns damit wichtige Informationen versorgt. Dieses Jahr hat sich wieder mal einfallen lassen und liebe Iris, es ist einfach ein Genuss, ihr zuzuhören auf der Ehriger Platte. Und wo du dann alles immer hernimmst mit deinen ganzen Ideenreichtum, es ist wirklich sehr bereichernd. natürlich als Mitglied der Ehriger Pflaumengarde und im Männerballet hier bei uns aktiv. Ja, liebe Iris, mach weiter so, wir freuen uns schon darauf, nächstes Jahr nochmal einen neuen Beitrag von dir zu hören und auf unsere Iris, ein Dreifach-Donnerlis. Iris, ja, Frau Senicht, ja, Bürgerhaus, ja, natürlich unsere liebe Iris Brandt. Ich hab dich nur vorgestellt, du hast nichts verpasst. Gut. Bis gleich und ausmarsch. Ich hab dich nur vorgestellt,